Jetzt kommt mein persönliches Lieblingsthema und jetzt gehen wir erstmal ganz kurz auf diese menschliche Komponente ein von Felix Nemetscher. Ich habe das damals aktiv gar nicht mitbekommen, jetzt im Nachgang natürlich schlägt dieses Thema hohe Wellen. Der gute Mann Felix Nemetscher vom VfL Wolfsburg ist starkgläubiger Christ, der sich auch schon mal im Ton vergriffen hat und der Leute gepostet hat bei Instagram, die sich homophob geäußert haben gegen LGBTQ. LGBTQ ist richtig, ne? Guck mal, da spreche ich sogar hier Siri an. Nein, Siri, dich will ich gar nicht. Äh, LGBTQ, ne? Ich tue mich bei der Aussprache tatsächlich immer, immer schwer, bin ich ganz ehrlich. So, der sich da eben gegen Homophobe und so weiter geäußert haben soll oder geäußert hat, das gerepostet hat, geteilt hat. Das hat er gelöscht und er hat sich diesbezüglich auch, ja, geäußert und ist da zurückgerudert, was das betrifft. Ob er das wirklich ernst meint oder nicht, können wir nicht einschätzen. Ich bin aber jemand, und das sage ich euch, wie es ist, ich vorverurteile keinen Menschen. Punkt. Ich kenne den Mann nicht. Ich weiß nicht, wie der tickt. Ich weiß nicht, wie der wirklich gesittet ist. Ich habe einfach keine Ahnung. Und jetzt kommen wir zu meiner ganz klaren Meinung. Wenn das von Felix Nemetscher sein Gedankengut ist, sollte meiner Meinung nach Borussia Dortmund Abstand von diesem Transfer nehmen. Safe. Definitiv, rein menschlich betrachtet, weil auch der Verein Borussia Dortmund für Werte steht und diese Werte matchen nicht mit unserer Diversität, nicht mit, ähm, Fußball ist für alle da, nicht mit, ähm, ob Männer, ob Frauen, äh, ne, wir sind alle Borussen, ganz egal, wo du herkommst und so weiter und so fort. Das passt einfach nicht zu den Werten, die Borussia Dortmund auch als Verein hat. Sollten das also seine Gesinnungen sein? Wir kommen jetzt gleich zum Sportlichen, aber das ist, das Menschliche ist mal genauso wichtig. Das Menschliche ist genau so wichtig. Und Enes sagt auch, ich finde es schön, dass du es so offen und transparent ansprichst. Mir ist es sehr, sehr wichtig. Denn Sebastian Kehl, Freunde, beschäftigt sich mit Felix Nemetscher. Ja, glaubt ihr denn allen Ernstes, dass der sich nicht einen genauen Eindruck von diesem Menschen verschafft? Glaubt ihr allen Ernstes, Sebastian Kehl macht die Augen zu und verschließt die vor irgendwelchen Dingen? Und meint ihr nicht auch, man kann auch Einstellungen, selbst wenn man sie hat, irgendwann ändern, irgendwann nicht mehr haben? Ich sag's euch, ich hab mit 20 auch Sachen gemacht, die mach ich jetzt mit 36 nicht mehr. Ich hab mit 20 auch Sachen gesagt, die sag ich jetzt nicht mehr. Da halt dich inne, da reflektiere ich und stell fest nach meiner Weiterentwicklung, oh scheiße, was hast du denn da damals gesagt? Ei, 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 das würdest du ja heute niemals mehr so sehen. Nochmal, das passiert jedem Menschen. Der, der frei von jeder Schuld ist, werfe den ersten Stein. Jeder von uns hat schon Dinge gesagt, Dinge getan, hinter Dingen gestanden oder was weiß ich nicht, die man eigentlich nicht mehr machen sollte, die man eigentlich nicht machen kann, ja? Nochmal, ich vorverurteile den Menschen nicht und ich traue Sebastian Kehl durchaus zu, den Menschen einzuschätzen. Und sollten wir den verpflichten, dann wird das seine Gründe haben. Und jetzt kommt's und jetzt werden wir sportlich. Janis, danke dafür, aber würde er überhaupt in unser Profil passen? Und jetzt wird's spannend. Und jetzt wird's spannend. Jetzt haben wir das Menschliche mal sehr ausführlich und sehr leidenschaftlich diskutiert. So, alle, die sagen, oh mein Gott, wie können wir denn Felix Nemetscher holen und den versuchen, irgendwie mit Jude Bellingham zu ersetzen. No, das geht doch so schief, Nemetscher, sorry, das geht nicht und so weiter. Ich hab mich jetzt mal damit auseinandergesetzt. Beziehungsweise hab ich den guten Clemens gefunden bei Twitter. Und das ist ein Account, der beschäftigt sich sehr krass mit Borussia Dortmund und ist ein absoluter Zahlen, Daten, Fakten-Nerd und Statistik-Nerd und so. Sehr, 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 sehr cool, muss man an der Stelle sagen. Der ist hergegangen und hat einfach mal die Werte eines Felix Nemetscher mit Jude Bellingham verglichen. Und jetzt kommen wir mal und danach kann jeder nochmal selber sagen, ob Felix Nemetscher vielleicht eine Möglichkeit wäre. Und wenn denn Borussia Dortmund wirklich an Felix Nemetscher interessiert ist, warum das vielleicht sportlich Sinn macht? Warum ist also Borussia Dortmund vielleicht sogar zu Recht an Felix Nemetscher dran? Genau da kommen wir jetzt aus sportlicher Sicht einfach mal zu. Name Nemetscher und Name Bellingham. Der eine ist 1,88 groß, der andere Bellingham 1,86. Der eine Nemetscher wiegt 73 Kilo, der andere Bellingham wiegt 75 Kilo. Der eine Nemetscher hat einen Topspeed von 34,67 kmh und der andere Bellingham einen Topspeed von 33,59 kmh. Der eine macht pro 90 Minuten 26,6 Sprints, das ist Felix Nemetscher und der andere 29,5. Und die Laufdistanz pro 90 Minuten ist bei Felix Nemetscher bei 11,3 Kilometern und bei Jude Bellingham 10,9 Kilometern. Was wir jetzt also schon mal sehen anhand der ersten Vergleiche einfach nur von Zahlen, Daten, Fakten ist, wir haben eine ähnliche Statur, wir haben ähnliche Laufwege, die beiden sind ungefähr ähnlich trickreich, sie versprühen ungefähr dasselbe Flair und haben auch, ja zum Beispiel was Bälle fordern und auch was das Auftreten auf dem Platz betrifft, ein ähnliches Selbstbewusstsein. Diese Statistiken, was Felix Nemetscher betrifft und Jude Bellingham betrifft, die sind schon mal relativ identisch. So, Karim sagt auch, den wollte man schon als er in England war und Newcastle bereitet jetzt wohl ein Angebot vor für Felix Nemetscher und wenn wir den jetzt nicht bekommen, sage ich euch wie es ist, kriegen wir den überhaupt nicht mehr, weil der wird explodieren. Der wird explodieren, dieser Typ, rein sportlich. Also weiter geht's und jetzt einfach nur mal rein von der Leber weg, sportlich betrachtet, ohne eine Wertung dahinter. Genau deswegen, ne, mache ich das Ganze hier. Wir haben immer noch die Namen Nemetscher und wir haben den Namen Jude Bellingham. Der eine hat pro 90 Minuten 1,7 Schüsse, das ist Nemetscher und Jude Bellingham hat 2,2 Schüsse. Der eine hat Schlüsselpässe, also diese Key Passes von 1,0, das ist Nemetscher und 1,1, das ist Jude Bellingham. Der eine Nemetscher hat 1,5 Blocks in 90 Minuten, also blockt 1,5 mal ab und der andere Jude Bellingham 0,9 mal. Der eine, Felix Nemetscher, hat bei Tacklings eine 2,0 und Jude hat eine 2,6. Interceptions, also Ballgewinne, Steals sozusagen, ja, wo man dem Gegner schön den Ball klaut, hat Felix Nemetscher einen Wert von 1,2 und Jude Bellingham einen Wert von 1,2. Nemetscher hat eine Passquote von 77%, Bellingham von 83%. Ja, jetzt kommt nochmal eine entscheidende Geschichte, wo sicherlich noch Potenzial und Luft nach oben ist. Erfolgreiche Dribblings hat Nemetscher 1,3 und Jude 2,7. Allerdings auch eine Dribblingquote hat eine Nemetscher von 67% und Jude von 67%. Gewonnene Zweikämpfe ist Jude auch einen Ticken besser, natürlich. 7,3 zu 8,9 bei Jude. Und die Zweikampfquote sind es 60% bei Felix Nemetscher und 58% bei Jude Bellingham. Bei den Werten muss man natürlich im Hinterkopf haben, dass Nemetscher auch für ein weniger dominantes Team gespielt hat. Also Wolfsburg vom generellen Auftreten weniger dominant als Borussia Dortmund in der Spielanlage. Daher ist die Aussagekraft natürlich nicht zu 100% da. Diese Werte zeigen aber einfach das ähnliche Profil der beiden Spieler. Also mir war es einfach nur nochmal wichtig herauszuarbeiten, dass die sich gar nicht so ungleich sind, diese beiden. Also jeder, der nur, weil er den Namen Nemetscher hört, sagt, um Gottes Willen. Falsch, falsch, falsch. Und das habe ich einfach mal faktisch mit Statistiken belegt. Danke geht raus an Clemens, der sich auf Twitter diese Mühe gemacht hat. Und es war jetzt einfach eine Wiederverwendung oder eine Weiterverwendung dieser Zahlen. Also Clemens, wenn du das sehen solltest, vielen lieben Dank für deine Zahlen, Daten, Faktenarbeit. Das ist großartig. Mir war es einfach nur nochmal wichtig, das Thema mal komplett objektiv zu beleuchten. Warum ein Felix Nemetscher vielleicht auf dem Wunschzettel von Borussia Dortmund und Sebastian Kehl steht. Jetzt wisst ihr Bescheid, warum das durchaus in unser Schema passen kann, in unser Beuteschema passen kann. Und warum ein Nemetscher, wenn er sich auch nochmal weiterentwickelt, und das wird er bei Borussia Dortmund mit den nochmal besseren Mitspielern hundertprozentig tun, warum das richtig krass ist. Untertitelung des ZDF für funk, 2017